Ja, hallo Freunde. Hier ist ein kleines, süßes Pyrofriget. Ja, wie ihr seht, seht ihr richtig. Das ist keine Aufnahme von 2019. Das ist aktuell im Juli 2021. Ich gehe einkaufen ohne Maske. Ist das nicht geil? Also es fühlt sich für mich an, als wäre Deutschland heute Europameister geworden oder gestern. Ah, es ist so ein geiles Gefühl durchzuatmen. Gut, wahrscheinlich hätte ich ein bisschen mehr Angst, wenn ich nicht vollständig geimpft wäre. Aber es fühlt sich wirklich toll an. Also echt geil. Es ist wie früher. Geil. Einfach nur geil. Ich schütte richtig Glückshormone geradeaus. Und daran wollte ich euch nur teilhaben lassen. Der Laden ist zum Glück relativ leer. Und es ist einfach nur geil. So, also Freunde. Sonst gibt es nichts Neues. Es gibt in nächster Zeit erstmal nicht so viele Pyrovideos. Und vielleicht mache ich nächste Woche mal eins. Ich habe dann noch passend hier aus den Niederlanden noch so ein niederländisches Produkt. Das könnte ich mal abfilmen. Und dann gucken wir mal. Okay? Irgendwann jetzt, nächster Zeit. Ist ja jetzt sowieso gerade tote Hose. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich, heute hier zu sein. Ich bin heute übrigens in Venlo. Und ja, läuft alles. Ich habe gute Laune. Und ja, kommen jetzt erstmal nicht so viele Pyrovideos, wie ich eben schon gesagt habe. Livestream erstmal auch nicht. Die heiße Phase beginnt ja wieder im September. Dann gibt es auch wieder mehr Videos bei mir. Und ja, fahrt nach Holland, solange es noch geht. Bis wir die Mundschutzpflicht hier auch wieder einführen. Aber momentan geht es ja noch. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche noch und bis bald.